Tipp Tutorial Wie drucke ich in der TIB? Sie möchten in der TIB Dokumente ausdrucken? Das ist kein Problem. Sie können bei uns drucken, kopieren und scannen und benötigen dafür nur eine E-Mail-Adresse, eine EC-Karte zum Aufladen Ihres Guthabens und eine passende Karte. Folgende Karten werden zum Drucken akzeptiert. Leibniz-Karts, Mensa-Gäste-Karten sowie die Campus-Karts folgender Hannoversche Hochschulen, Karten der Hochschule Hannover, der Tierärztlichen Hochschule Hannover sowie die Karten der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Alle nötigen Schritte zeigen wir Ihnen hier in diesem kurzen Video. Zuerst geben Sie uns unter teb.eu-prints mit Ihrer E-Mail-Adresse Ihre Einverständniserklärung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu unseren Nutzungsbedingungen. Danach werden Sie auf die Registrierungsfunktion des Druckservers weitergeleitet. Nutzen Sie hier bitte die gleiche E-Mail-Adresse wie eben bei der Einverständniserklärung. Danach bekommen Sie einen Bestätigungslink zugeschickt. Nachdem Sie diesem gefolgt sind, geben Sie Ihre Kartennummer ein und legen ein Passwort fest. Damit haben Sie Ihr Konto erstellt. Nun können Sie auf Ihre Karte, die Sie zum Drucken verwenden möchten, zum Beispiel auf Ihre Leibniz-Kart Guthaben aufladen. Dieses können Sie mit Ihrer IC-Karte an entsprechenden Geräten in den TIB-Standorten ContiCampus und Technik-Naturwissenschaften tun. Jetzt können Sie mit dem Drucken beginnen. Durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse und des Passworts für den Druckdienst schicken Sie Ihren Druckjob an den PC-Arbeitsplätzen der TIB ab. Jetzt können Sie Ihren Druckjob am Gerät abholen. Stecken Sie dazu Ihre Karte in den Kartenleser und klicken Sie auf Drucken. Auf dem nachfolgenden Schirm wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken auf Druck. Klicken Sie nach Fertigstellung des Druckjobs unbedingt auf Ende, bevor Sie die Karte herausziehen, da Ihre Karte sonst gesperrt wird, auch in den Mensen. Also sehen Sie die Karte auf den Boden auf den Boden auf dem Boden. Vielen Dank.